hey leute da sind wir wieder wie ich gesagt hatte habe ich mich repariert auf nutzen hätte dann noch gelootet wir sind jetzt in dem system hier bin ich angeflogen habe einfach auf verdacht und wir hatten glück dass es hier etwas gab genau jetzt folgen wir unsere hauptmission picking up to pieces das werden wir jetzt tun dann seht ihr nochmal wieder das aussieht die kunst wird wieder viel looten hier kannst du ein rennen fliegen gerade alles mögliche das habe ich noch nicht gefunden hier fehlt ein akku so sieht die station aus was fighten mussten wir hier auch hier kannst du noch was aufschießen sicher mal die schildgeneratorin ach da ist auch der power core schauen so was haben wir denn hier ein energizer sp der nimmt uns die feiner power das verkaufen wir alles so ein zuftweißer noch besucht und nicht gefunden zwar nicht intensiv aber besucht so war das ding jetzt hier irgendwo bleibst du hier gut dann gab es hier noch gibt es hier noch ein paar erze oder auerze die holen wir uns natürlich die brauchen wir die sind rar irgendwie hier in diesem system am anfang hatten wir das auch im überfluss ich blende nicht wieder aus na viel spaß sehr schön jetzt steht unsere perks brauchen wir noch einen haufen davon jetzt haben wir hier auch ohne in sticky turrets habe ich auch vier stück passt alles ich würde sagen wir machen uns auf hier da waren wir ja auch noch nicht gleich weg das coverzeit gibt es nicht so viel aber wir haben klinge keine extreme kommen wir auch schon an kaffee habe ich hier noch schön stehen leute nachdenklichen wir haben hier an die nicht mehr ich sehe Make for battle. I mean, it's also beyond repair by the looks of it. Some components seem active, and there's a power core of some sort. We got company. I ran into some of these freaks when I entered the system. Ranting at me about taking my clothes off or some damn nonsense. Yeah, they call themselves the Redeemers. The Heathens pollute our divine given skies with your unclean breath. Yeah, they can be nasty. Let's just take them out together. Take out the targets. Na los. Oh, we're a little bit here from this energy field. Okay. Marble is there. Oh, I'm gonna spin my weapon. So I don't know if we can get any of the elements. Oh, my fingers. More likely. My ship. Total destroyed. The others. All gone. Ich liebe es zu sagen, aber ich glaube, dass wir so viel können, Kala. Nein, es gibt Dinge, in der Mitte Dinge, die gute Dinge sind, in der Mitte nicht zu sehen. Ich glaube, Kala versucht zu erklären, in ihrer limiteden Kapazität, dass es in der Reckung gibt, dass es in der Reckung gibt. Kann ich mich verabschieden, auf unterschiedliche Frequenzen zu verabschieden? Schau dich aus, aber schnell über das. Schau dich aus. Vielleicht wird den Drone helfen. Was? Es ist ein Drone an Bord. Ob 518 und 129, Alter. Tauschen wir. Verscheuern wir. Diese Kraft ist mit Drone-Replication-Capabilitäten. Obwohl es eine unlimitete Suppe gibt, die Bandwicht nur ermöglicht uns, dass wir eins an der Zeit verabschieden können. Wir müssen hier reinkommen, Search the Brack. Aber was ist hier? Brakeerts hier? Dieses hier? Jetzt die Stücke. Das war da. Das war da. Das war da. Das ist ein Drone. Das ist ein Drone. Das ist ein Drone. Vor allen Dingen. Wir fliegen alles ab, um unsere Scanner hier mal scannen zu lassen. Automatisch. Hier noch ein bisschen was zünden. Wir werden vieles verkaufen und einfach an Loot. Denn wir können eh nicht mehr groß was craften und so. Schicke Colors. Rap Metal. Alles zum Verkaufen, Alter. Jetzt haben wir hier drinnen noch einen Haufen Scheiße. Aber da kommen wir nicht rein, glaube ich. Ab 800 Meter haben wir diesen Retractor. Nee. Ja. Aber das Zeug geht schon eher weg. Aber wir kriegen es raus. Ach, da müssen wir rein. Das ist ihr Wrack, oder was? Small Opening. Kann das Ding nicht zerstören, Alter? Das war noch ein Stück Wrack. E-Blue. Power Units, die sammeln wollen. Jet Sphere. Na grad. Freiwillig. Ich weiß nur nicht, worum Jet Sphere hin soll. Hier haben wir noch ein bisschen Loot. Geben hier noch mal ein bisschen durch. Was ist hier so kaputten ganzen Sachen hier? Das ist halt ein riesiges Schiff von mir erkennen da unten. Bisschen Fantasie, ne? Ey, das ist der Sphere Dispatcher. Da ist doch mal ein Stück Wrack mitten im Kern, Alter. Mehr haben wir jetzt im Moment nicht. Ich weiß nicht. Wir müssen noch mal gucken, wo wir hier. Das gehört alles zu ihr hier, dieses Ding. Das ist scheinbar hier auseinander. Da ist immer auch diese Energie. Geschichte. Sie hat hier einen riesen Schiff irgendwie. Und irgendwo hier drinnen ist dann auch der Socket für die Sphere Novo. Hier liegt ein Schiff. Ich sehe jetzt gar keinen Ausdruck. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Da geht ja irgendwo hin? Da geht ja irgendwo eine Tür auf halt, ne? Bleib nicht an diesem Teil des Wracks gesagt. Vielleicht muss man in das andere da hinten reinfliegen. Wir kriegen es aber erst raus, wenn wir jetzt da endlich mal hinfliegen, liebe Freunde. Was auch immer hier passiert ist. Da gab es ordentlich Beef. Hier muss das Ding gerade einladen. Was ist denn? Deploy Drone. Search the Wreck in der Drohne. Hm. Es ist wieder ein Tetris hier. Das hat 1 Frühstücksfernsehen. Vertrorieren Sie das nicht? Echte Branker, Alter. Durch die Hose hier. Was am I looking for? Ja. Was am I looking for? I must find way home. Yeah. We got that part. My ship has power. To make Rip. Rip in space. And go to Rip. Now, that is interesting. This sounds to me like something worth following up. Well, that's a shame. Because time's up. I got a job to do. And so do you, Adam. Enough of this wild stuff. And let's get back to business. The heart is a bit angry. What should we look for here? Do we look for the noises here? Denny's million. Come on. Where is your home, exactly? I lost with others. There was battle. Then we lost. Who were you fighting? Kareel. Um. No. Haven't heard of him. Uh. Them either. Anyone else? Will you just shut your pie holes and hurry up with whatever it is you're doing? Kein Bock mehr Meadows, wir sollen uns beeilen. Da ist ein Schildgenerator. Sind wir im nächsten Raum. Kann ich umschießen? Nee, ne? Nein. Power-Code ist pinned, ne? Eject. So, aim. Gehe ich dahinter nicht raus. Das heißt, der Schildgenerator muss kaputt genug sein, aber wie? Das ist ein Schildgericht. Das ist ein Schildgericht. Ja, das ist ein Schildgericht. Das ist ein Schildgericht. Ich bin schon mal hier drin, oder? Ja, muss man mal weiterziehen. Wieder landen ich. Scheiße. Das ist ein Schildgericht. Da hinten durch. Nein. Das ist ein Schildgericht. Boah, Alter. Das geht hier schon wieder gut los. Es geht hier schon wieder gut los. Also, auch noch Schildgeneratoren. Und das war der aus dem grünen Vorraum. Das ist ein Schildgericht. Da hinten durch. Das ist ein Schildgericht. Das ist es so。 Das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist ja auch ein Schlauch, aber wir haben hier keine Drohne hier draußen. Ah, hier ist, ne, das ist nicht der Powercore. Das ist nur für die Drohne. Ob wir schießen hier die Schiffkinder, das wäre irgendwie so kaputt. Was ist das bei gerade? Gibt es nichts? Ich bin am Ende mit meinem total Unterfolge, Leute. Gucken wir mal, ob ich es in der nächsten Folge weitergehe. Ob ich es da noch irgendwie kriege. Ich habe keine Idee gerade wirklich. Wir sind aufgeschmissen. Wir können nur bestimmte Wege hier gehen. Das Ding ist auch markiert, aber wir können auch nichts machen. Sollen wir die Dinger irgendwie da rein schieben? Die Tractor hätte von mir. Nach oben war zu. Hätten wir geguckt. Geradeaus ist es zu. Da drinnen noch dazu. Da drinnen noch dazu. L.I. Hier ist ein Schildgenerator. Ich weiß nicht, wie ich die kaputt kriege. Müsste man diese Tür hier aufkriegen. Können wir mit dem Schiff reinschießen. Gibt es hier noch einen Schalter für den Core? in den Socket. Nein. Nein. Jetzt haben wir ihn nicht rausgekriegt. Wir sind da ordentlich rein. Das haben bestimmt versucht. Es ist zu eng. Ganz oft zu. Ich weiß es nicht, Leute. Sorry. Ich hab keine Ahnung. Es ist so schisswreck. Hier kamen wir nicht rein. Ein unsichtbarer Moment. Ich glaub, wir müssen das Ding einfach mal mitnehmen. Was ist denn jetzt dein Rekord? Ach nö, ne? Ich sag nicht, der ist weg. Der ist weg. Ich sag nicht, als wir либо讐en nicht kr compatrieren. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020